Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder eine Challenge und zwar habe ich schon mal die First Sentence Challenge gemacht, aber zu Serien. Heute soll es aber um Bücher gehen. Das Ganze sind eher so Teen-Drama-Bücher, also eigentlich sollten die meisten von euch diese Bücher kennen. Tanja hat 15 Bücher rausgesucht, deswegen sieht das Regal im Hintergrund, falls ihr das seht, ein bisschen leerer aus als sonst. Das Spiel geht so, die Tanja liest mir den allerersten Satz vor und wenn ich anhand des allerersten Satzes errate, was für ein Buch es ist, kriege ich drei Punkte. Wenn ich das nicht schaffe, liest sie mir den zweiten Satz vor, dann kann ich zwei Punkte kriegen und wenn ich dann immer noch nicht das Buch erraten habe, liest sie mir den dritten Satz vor und ich kriege vielleicht noch einen Punkt, wenn ich es dann errate. Und wenn ich es nicht errate, kriege ich halt keinen Punkt. Ihr müsst auf jeden Fall in den Kommentaren mit raten. Wir machen das übrigens auch immer so, dass wir aus dem allerersten Kapitel den ersten Satz nehmen, also nicht aus dem Vorwort, nicht aus dem Prolog. Und weil ich so eine Mischung aus englischen und deutschen Büchern habe. Die ersten zehn Bücher werden deutsch sein und die letzten fünf Bücher werden englisch sein. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mal den ersten Satz von eurem Lieblingsbuch in die Kommentare schreibt. Und wir schauen dann mal, wer er rät, welches Buch gemeint ist. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ihr müsst, wie gesagt, auf jeden Fall mitraten. Buch Nummer eins. Satz Nummer eins. Es war Herbst in der Stadt des Mondes, als Viktor zum ersten Mal von Prosper und Bo hörte. Helle Diebe. Richtig. Drei Punkte. Okay, das ist eine der wenigen Bücher, die nicht so Teen-Drama-Bücher in meinem Regal sind. Man sieht, das ist einer meiner Lieblingsbücher daran, wie das hier einfach schon aussieht. Okay. Das heißt, ich habe jetzt direkt drei Punkte, weil ich es anhand des ersten Satzes erraten habe. Das heißt, insgesamt kann ich 45 Punkte kriegen. Im Ligusterweg Nummer vier war man wieder bereits beim Frühstückstreit ausgebrochen. Okay, aber welcher Teil? Stimmt, auch wieder. Ah. Es ist auf jeden Fall Harry Potter. Mhm. Aber welcher Teil ist bereits vor dem Frühstück? Es ist nicht der erste Teil, weil der erste Teil, der fängt anders an. Das müsste auch einer der ersten, glaube ich, sein, aber es ist nicht der erste. Ich würde also eventuell sagen, der zweite, aber es ist mir zu riskant, jetzt was Falsches zu nennen. Deswegen würde ich gerne den zweiten Satz machen. Ein lautes Greichen aus dem Zimmer seines Neffen. Harry hatte Mr. Werner Dursley in aller Herrgotts Früher aus dem Schlaf gesessen. Harry Potter und die Kamer des Schreckens. Richtig. Ja. Yes. Zwei Punkte kriegst du. Ja, zwei Punkte. Harry Potter und die Kamer des Schreckens. Buch Nummer drei. Kalt und klar hatte der Tag gedämmert mit einer Frische, die vom Ende des Sommers kündete. Keine Ahnung. Ich glaube, das würde dir aber helfen. Okay. Soll ich das jetzt sagen? Sie brachen im Morgengrauen auf, 20 insgesamt, um der Enthauptung eines Mannes beizuwohnen und Bran ritt unter ihnen, ganz nervös vor Aufregung. Game of Thrones. Das Lied von Eis und Feuer. Die Herren von Winterfell. Ja gut, das hätte ich auch noch sagen müssen. Das ist so wie die Teile von Harry Potter. Die Herren von Winterfell. Aber ich habe nur das eine Buch. Okay, okay. Es läuft ganz gut. Es läuft ganz gut. Ich bin gespannt, wann mein Dad und deine Mom den nächsten Schritt wagen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das ein Buch von Mona ist. Ja. Aber welches? Ah, welches ist es? Ich glaube, es ist entweder Hope Again oder Trust Again. Meinst du, der zweite Satz hilft mir weiter? Ich verschluckte mich an meinen Matcha-Latte und versuchte erfolglos, den Hustenreiz zu unterdrücken. Dawn merkte es sofort und begann, mir auf den Rücken zu schlagen, was das Ganze nicht besser machte, sondern mich nur noch heftiger husten ließ. Hope Again. Richtig. Ah, yes. Hope Again von Mona. Die fünfte Welle? Ja. Ah, geil. Genau. Geil. Warum wusstest du denn? The fifth wave. Weil ich habe sonst keine Bücher, wo Außerirdische irgendwie vorkommen. Weil ich nicht gelesen habe mit Außerirdischen. Drei Punkte. Nö. Die Etikette über uns ergehen, als plötzlich Steine durchs Fenster flogen. Okay, also ich habe erst gedacht, wir waren im großen Saal Harry Potter, aber nichts fängt in Harry Potter im großen Saal an. Ähm. Und da werden auch keine Steine durchs Fenster fliegen. Etikett könnte die, ähm, wie heißt denn die Reihe nochmal? Äh, äh. Wie heißt denn die Reihe? Selection? Ja. Ja, heißt die Reihe so? Ja. Ah, aber welches Buch ist das? Warte, wie heißen denn die Bücher? Das eine heißt Elite, Elite? Also es muss der zweite oder der dritte Band sein. Also es ist auf jeden Fall Selection, aber ich weiß nicht, wie der Teil heißt. Also, Elite würde ich jetzt mal raten. Nope. Der Erwählte. Der Erwählte. Ich würde jetzt sagen, habe ich noch nie gelesen, aber habe ich anscheinend angefangen. So. Kein Ausreden. Null Punkte. Keiner starrt mich an, versicherte ich mir. Keiner starrt mich an? Ja. Also entweder jemand, der nicht so selbstbewusst ist und ich möchte, dass die Leute ihn anstarren. Mhm. Es ist jemand, der sich gerade irgendwie verändert hat. Mhm. Und deswegen Angst hat, dass die Leute die Person jetzt anders sehen. Also entweder ist das sowas wie Fangirl, weil sie so ein bisschen mhm. Mhm. Ja. Es ist sowas wie Twilight, wo sie so zu Vampir wird und irgendwie Angst hat, dass sie jetzt anders gesehen wird von den Leuten. Also bitte den zweiten Satz trotzdem. Okay, der zweite Satz? Mhm. Mhm. Keiner starrt mich an. Ist der dritte Satz wieder? Keiner starrt mich an? Ja. Dann möchte ich bitte den vierten, weil es ist derselbe Satz, das gilt nicht. Okay, wirklich? Ja. Okay. Aber weil ich nicht einmal mir selbst überzeugend etwas vormachen konnte, musste ich nachsehen. Ich würde jetzt Twilight sagen. Nicht der erste. Nicht der zweite. Nicht der dritte. Ich würde sagen, es ist bis zum Ende der Nacht. Richtig? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob. Doch. Ein Punkt. Geil. Bis zum Ende der Nacht. Stephanie Meyer. Gut, darüber sprechen wir jetzt nicht. Die Tür glitt zur Seite und Clark wusste, dass es Zeit war zu sterben. Verhandelt. Richtig. Yay, weil Handelt gibt es auch als Buch. Cool. Drei Punkte. Sein neues Leben begann im Stehen, umgeben von kalter Dunkelheit und staubiger Luft. Sein neues Leben oder mein neues Leben? Sein. Sein? Okay. Äh. Hauptcharakter, der männlich ist, ist schon mal, schließt sehr viel aus, was ich habe. Mhm. Es ist nicht Harry Potter, weil, obwohl, nee. So, ich dachte, vielleicht wacht er irgendwann im Schrank auf morgens oder so. Ewig staubig. Sein neues Leben als Magier. Unter der Treppe. Ja. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Möchtest du den zweiten Satz empfehlen? Meinst du, der hilft? Okay, ja. Komm. Metall knirschte auf Metall. Eine abrupte Anfahrbewegung brachte den Boden unter seinen Füßen zum Schwanken. Mace Runner, die auserwählte Labyrinth. Richtig. Ach. Aber auch nur wegen diesem Aufzug, dass er da im Labyrinth ankommt. Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Harry Potter untersteinerweise. Richtig. Das ist nämlich der, das weiß ich, wie der erste Satz war. Ich habe übrigens erst letztens einen Harry Potter-Kurs hochgeladen, wo ihr interaktiv mitmachen könnt. Also schaut da gerne mal vorbei. Das verleg ich euch mal hier direkt in die Infobox. Jetzt kommen die Bücher, die ich auf Englisch habe. Ich bin gespannt. Ja. There is one mirror in my house. Ah. Divergent. Richtig. Oh. Ja, weil sie am Anfang die Haare geschnitten bekommt und weil sie alt geworden ist und nur einen Spiegel im ganzen Haushalt anscheinend. Ich dachte, sie hätten nur einen und den verhängen sie doch immer, bis der Tag am Jahr, in dem sie wieder die Haare geschnitten bekommt. I stare down at my shoes, watching as a fine layer of ash settled on the worn leather. Ist vielleicht dumm, aber ich glaube, ich weiß es schon. Sag. Jetzt hieß unser Muck in jail. Ah, ich liebe Huggie Gapes. Wider Gates. Drei Punkte, ne? Boah. Ich slay hier ein bisschen. My mother drove me to the airport with the windows rolled down. Weißt du schon? Weißt du es schon wieder? Weißt du es wieder? Sag doch. Oh. Sag doch. Dann ist es aber schon echt krass. Warum weiß ich das dann? Weiß ich nicht. Warum weiß ich nicht andere Dinge? Warum weiß ich, dass das Twilight ist? Das ist Twilight. Oh. Als ob. Vor allem haben wir eben noch darüber geredet, dass der erste Satz so, ich habe nie darüber nachgedacht, wie ich sterben würde. Aber es ist Prolog, ne? Mhm. Aber das Ding ist halt, ich kenne keine anderen Bücher, wo die Mom irgendwen zum Flughafen fährt. Und man weiß ja, dass Bella am Anfang Arizona verlässt. Okay. Buch Nummer 14. You've got to be kidding me. The Bouncer said, folding his arms across his massive chest. Weißt du schon wieder? Ja. Was ist das denn? City of Bones. Was für eine? Ist das ein Teil oder? Der erste. City of Bones ist der erste Teil? Schön. Das ist halt City of Bones. City of Bones. Das ist der Anfang, wo die nicht in den Club reinkommen. Ne? Ich liebe diese Bücher sogar so sehr, dass ich es mir von Cassandra Clare oder schreiben habe lassen. There was a boy in her room. There was a boy in her room. Ja. Weibliche Hauptcharakterin und da ist auf einmal ein Junge in ihrem Zimmer. Anscheinend. Ich habe irgendwie das ge... Was kann das denn sein? Das klingt für mich wie so ein young adult. Aber als wäre es schon der zweite oder dritte Teil. Weil welches Buch fängt damit an, dass er einfach ein Junge in ihrem Zimmer ist? Keine Ahnung. Okay, Satz Nummer 2. Kath looked up at the number painted on the door. Then down at the room assignment in her hand. Kath. Mhm, Kath. Fangirl. Ja. Oh. Das ist jetzt sogar ein Standalone-Buch. Was ist das für ein Junge in ihrem Room? Ich weiß, was das ist. D-d-d-d-d-d, Trauma-Bibble. 34 Punkte. Ich dachte eigentlich, ich wäre noch besser gewesen. Aber 34 von 45 geht. Ist okay. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie viele Bücher ihr erraten habt. Wenn ihr jetzt Bock habt auf noch mehr Quiz-Videos, dann schaut gerne mal hier in dieser Playlist vorbei. Da habe ich euch alle einmal verlinkt. Außerdem findet ihr unten ein weiteres Video, das euch gefallen könnte. Vergesst außerdem nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr kommt jede Woche Dienstag um 15 Uhr ein neues Video online. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss. Tschüss. gg